Ja, da konnten die Perukenschafe ruhig lachen tun. Euros ist jetzt für mir echt total sinnlos. Aber hier, Bild-SMS, das ist jetzt voll die coole Erfindung. Ungefähr so cool wie Tiere mit Aufziehflossen für die Badewanne. Krät, Krät, Krät. Und dann... Meine Perle hat da auch so ein Teil. In so einer U-Boot-Form. Aber meistens kriegt sie immer einen Schlag von den Batterien. Aber so ein Telefon mit Knipskiste dran ist echt mega geil. Ich hab mich jetzt auch eins gekäuft für Arztdiagnose, ne? Schick ich meinem Doktor immer fast jeden Tag Bilder von mich. Guck mal, Doktor, meine gebrannte Mandelentzündung. Oder guck mal hier, den Schimmel an die Füße von meiner Perle. Kann man den mitessen? Ey, neulich war ich mit der Perle von meinem Kumpel auf der Piste, ne? Weil er ist nur noch an Büffeln für seinen Müllmann-Examen, weißt du, so Rezepte für leckere Komposthaufen lernen und gelbe Säcke an Geschmack erkennen. Ich zu ihm, Alter, mach dich keine Sorge. Ich tu dich alle Viertelstunde mit dem Foto-Handy ein schönes Beruhigungsbildchen schicken. Der erste Bild, guck mal, wir in Eiscafé mit großem Pärchenbecher, aber ohne Liebessauce. Der zweite, guck mal, wir zusammen bei Nackt baden, aber ich hatte extra einen superkalten See genehmt, Schrumpel. Ey, da, ne? Hat da zum ersten Mal ein Bild zurückgesümmst. Guck mal, Ricci, ich mit dem Kanister in deine verwüstete Wohnung, aber noch brennt sie nicht.